Alles, alles Gini! Hallo Luque! Der Sprit ist wieder ganz günstig heute. Wo es geht eigentlich? Nicht selbst. Bei uns kostet 1,55 €. Rölder Kater. Können wir das anziehen? Bruder, wie geht's da? Super. Jetzt machen wir noch ein kurzes Detailing. Nämlich auf der Tarnstelle. Ferticke Detail. Bleifrei wahrscheinlich. Aufgereihter bin ich. Aufberuflich. Manchmal. Allein Klick! Das hier ist super! Das ist sicher was los oben. Ja. Wir haben ja ein bisschen drauf. Es sind nur drei, vier. Auch nicht lang dauert. Bis zum Parkplatz, Mann. Also damit den Parkplatz drücken. Schön. Nein. Genau. Was ist das für alles? Was ist das für alles? Ja. Was ist denn? Wir sind schon eine Schneefräse. GDL schon wieder, ne? Bis draußen. GDL schon wieder, ne? GDL schon wieder, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Der erste Tag, also das erste Mal in meiner gesamten Triftkarriere, wo nicht mein Auto als erstes hin ist. In Karlsruhe hat es einen Kühlschlag, oder zaut, oder gerissen. Es riecht mit jemandem, du wirst nicht einfach machen. Mein wichtigstes ist, man darf nie vergessen zu machen. Auf dem Schieleck. So, jetzt eigentlich mit dem Anwechsel, im dritten Gang. Schieleck, die 1 und 3 mit 120. Das Autofahrt mit 130. Das Autofahrt mit 130. Ja, aber innen mit dem Gewehrfahrt. Aber nimm mir den mit. Was anders? Was ist das denn? Piste wohl. Schlecht? 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 Sehr schlecht. Vor allem da hinten. Vor allem da hinten. Dort schießen sie da ganz hinten die Harts an. Jetzt rissen oder? Ja gut. Runter gehen und rissen. Ich habe die Schiele gefunden. Die Lampe ist cool. Fix. Wenn die Kurven sich so echt nix führe. Ja. Entriebe. Ja. Waaas. Ja. Waaas. Ja. Ja. Masse. Du bist. Lass mich auf die Kamera hin. Und das war unser. Ich hab aber an Donat geklappt. Schön. Wir gucken es nicht mehr. Wir gucken es mal. Wir gucken es mal. Wir sehen es auch. Wenn du dich aufgeholt hast, wie du gut riecht und man da gut einfahrt. Ja. Aber es ist gut. Er braucht nicht mehr warm fahren. 6.30 Grad haben wir mal. Bist du Narich? Nimm. Hast du den gefahren? Ich glaub schon. Schön. Bist du Eure? Ich will ja du. Alter, wie beim Moped fahren damals. Wie in der Mopedzeit. Also, dass dann M104 auch so ein Bruntwasser gibt. Das kannst du sagen, dass das Bruntfahren ist. Wie in der Mopedzeit, oder? Wie in der Mopedzeit, oder? Kühler eigentlich schon. Schön. Würfe auf dem Glück. Immerilate. Ich تو �alley auf Zussanne warten. In der Mutter Facebook內. Michiäzyn肯 weisen. Wie in der Mordzeit? Wie in der Mata? H το рис 페ili boom! Ich bin Knopf für meine הקoren. der M traden hört häufig an. Blohm spring wandelnквarkelen... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Alter, mein Harz und brennt in die Augen. Schrecklich, er wird nicht raus, ich muss nach der Kurve reizen, ich habe mich verhagelt, ich habe die vierte, aber ich schneide die zweite. In der vierten geht er nicht gut für ihn. Was ist das, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020